Es ist zu empfehlen, in Al-Azhar in Ägypten zu studieren. Wenn eine Person gefestigt ist in ihrer Akhida und die Fehler von Al-Azhar zum Beispiel kennt, dann ist es kein Problem, insha'Allah, dort zu studieren. Und es gibt auch viele Professoren dort, die Ahle Sunna sind. Aber die Institution selber, sie hat halt Probleme in der Akhida und hat einige Probleme in verschiedenen Sachen.